Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein Video dazu, zu dem Thema, wo mich viele Leute auch schon angeschrieben haben. Es geht da um die Installation bzw. das Runterladen von der Cheat Engine, das bei vielen Leuten doch anscheinend ein paar Probleme verursacht. Erstmal eins vorweg möchte ich hier klarstellen, das schreibe ich auch immer wieder, weil das immer wieder auch Leute annehmen, zumindest. Was ein kompletter Irrglaube ist, Cheat Engine sei ein Virus oder ein Trojaner, dass man den nicht runterladen darf. Das stimmt nur zum Teil. Also erstmal grundsätzlich nein. Aber, und jetzt kommt's, er wird leider von ganz, ganz vielen Antivirenprogrammen, Virenschutzprogrammen, sei es McAfee, Avira, Windows Defender, Avast, was auch immer. Ich will die gar nicht im Expliziten aufzählen. Einfach nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Aber egal welchen Antivirenschutz ihr habt, er wird den, er wird euch Cheat Engine mit einer, sage ich mal doch, sehr hohen Wahrscheinlichkeit als Trojaner deklarieren. Woher kommt das? Das kommt einfach daher, dass Cheat Engine selbst die Eigenschaften eines Trojaners mit sich bringt. Was macht ein Trojaner? Ein Trojaner kann Dateien im System, während sie in Verwendung sind, verändern. Und das macht ja ein Trojaner auch. Jetzt ist es aber so, dass ein Trojaner das ohne euer Zutun macht. Also er macht das vollautomatisch und auch böswillig. Das ist das Nächste. Das ist aber genau das, was der Antivirenschutz nicht rausfiltern kann. Er sieht nur, dass der Code in diesem Programm, der da läuft, eine sehr starke Ähnlichkeit zu einem Trojaner besitzt. Und dementsprechend kategorisiert er ihn als Trojaner ein. Dadurch, dass Cheat Engine ja aber automatisch oder selbstständig ja gar nichts macht, sondern wir starten sie ja. Und dann kann Cheat Engine zwar das, was wir mit Cheat Engine machen wollen. Wir wollen mit Cheat Engine ja Spielinhalte verändern, Werte verändern vom Spiel. Aber das macht es ja nur, wenn wir Cheat Engine sagen, mach das. Es ist mehr eine Art Skript, was dazu dient eben, dass wir unsere Cheats, die ganzen Cheat Videos, die ich da mache, eben euch zeigen kann, wie man in bestimmten Spielen sich, Munition, Ausrüstung etc. cheaten kann, dass man das eben mit Cheat Engine realisierbar macht. Weil Cheat Engine es erlaubt, dass ich im RAM und im System befindliche Daten verändern kann. Und genau das ist so ein Hin und Her. Einerseits ist es, ja, es könnte ein Trojaner sein, weil es das macht. Andererseits macht es das nicht böswillig. Es macht ja nur das, was ihr ihm sagt. Wenn ich ihm sage, verändere diesen Wert, dann verändert Cheat Engine auch nur diesen einen Wert. Aber diese Aktion ist eben schon, wird schon als Trojaner eingestuft. Das war Frage Nummer 1 erstmal. Also das wollte ich erstmal, dieser Disclaimer am Anfang wollte ich einmal klarstellen. Cheat Engine ist per se kein Trojaner, kein Virus. Das wollte ich einfach mal klarstellen. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Das nächste, wo mich viele gefragt haben, dass die Cheat Engine nicht runterladen können. Eben genau deswegen. Das wollte ich jetzt hier einmal mit euch durchgehen. Wie könnt ihr das umgehen? Wie schafft ihr? Wie kriegt ihr Sinn, es runterzuladen? Und zu 2 es zu installieren. Weil wenn man es runterladen kann, dann scheitern die Nächsten wiederum daran, dass es sich nicht installieren lässt. Das machen wir hier jetzt mal. Ich hol mir mal einen Firefox hier. Der ist komplett clean. Frisch installiert. Da ist nichts drin. Keine Add-ons, keine Mods, gar nichts. Ich gehe jetzt einfach ganz normal. Brauche ich gar keinen Google dazu. Ich gehe einfach in die Adresszeile und trippe ein. Cheat Engine Punkt Org. Habe ich schon einmal aufgerufen. Deswegen ist das jetzt hier schon gesprechert. Cheat Engine Punkt Org. Den Link kann ich euch gerne noch mal in die Videobeschreibung geben. Ist im Grunde das Gleiche. Da gehen wir jetzt einfach drauf. Rufen diese Seite auf. Dann habt ihr schon diese Hauptseite. Da ist hier schon dieser große grüne Button. Ich persönlich gehe immer gerne auf diesen Download-Bereich hier. Und gehe dann hier rüber. Download Cheat Engine. Wenn ich da drauf drücke, lässt das jetzt bei mir auch zu. Also wenn ich jetzt hier, als ich euch zeige. Cheat Engine 7.5 hat er runtergeladen. 3 Megabyte. Mehr hat das nicht. So, wenn ich diese Echse jetzt ausführe. Dann lässt er das auch zu, dass ich es ausführe. Also ich kann jetzt hier das Setup ganz normal starten. Aber, was macht mein System, was ihr wahrscheinlich noch gar nicht gesehen habt. Hier unten rechts im Kleinen. Hier ist dieser kleine Schild. Dieser Window Sicherheits Agent. Und der meckert mir hier schon. Habe ich hier ein Ausrufezeichen. Viren und Bedrohungsschutz. Wenn ich da drauf gehe. Für Bedrohungsschutz oder Überpfüfung empfohlene Aktion. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Und das seht ihr hier schon. Ich habe nicht mehr den Windows Defender. Das ist das Nächste, was Windows übrigens auch automatisch macht. Wenn ihr keinen anderen Virenschutz. Avira, McGaffey, Avast, was auch immer. Kaspersky in meinem Fall. Installiert habt. Dann wird automatisch der Windows Defender deaktiviert. Und das ist in meinem Fall genauso. Also ich habe hier Kaspersky installiert. Der schaltet den Defender ab. Und dann tritt sozusagen Kaspersky. Internet Security hier an seiner Stelle. Wenn ich da jetzt reinschaue. Dann sehe ich hier. Sicherheit ist möglicherweise bedroht. Okay, schauen wir uns mal an, was das ist. Details. Dann sagt er hier. Legale Software mit der Angreifer den Computer oder die Benutzerdaten beschädigen können. Das ist nur eine allgemeine Definition für einen Trojaner. Das, klar, über einen Trojaner könnte ein Hacker sich Zugang verschaffen. Aber in dem Fall nicht. Weil, ja, wie ich es am Anfang erklärt habe. Cheat Engine kann Daten, Benutzerdaten beschädigen. Oder in unserem Fall halt verändern. Aber eben nicht böswillig. Das heißt, Cheat Engine kann nur das machen, was wir ihm erlauben. Und auch wenn ich es jetzt installieren kann und runterladen konnte, meckert der mir hier. Ich kann jetzt entweder, wenn ich das noch nicht gemacht hätte, könnte ich sagen, hierzu Ausnahmen hinzufügen. Dann ist das für ihn fein, diese. Hier, CE-Users, Crimson Downloads, Cheat Engine. Das ist dann für ihn fein, diese Echse. Kann ich sagen, zu Ausnahmen versuchen. Oder einfach ignorieren. Dann ignoriert er es auch. Dann wird es aber beim nächsten Mal, wenn er es zum Beispiel woanders hin verschiebt. Auf der anderen Platte zum Beispiel. Oder wenn er es nochmal runterladet, dann wird er wieder meckern. Deswegen mache ich es immer gerne zu Ausnahmen hinzufügen. Dann steht hier diese Datei drin. Und dann kann ich sagen, Not a Virus. Steht auch hier praktischerweise drin. Schutzkomponenten. Dann kann ich sagen, alle. Ich kann sogar noch den Dateihash berechnen. Dann wird der auch hinterlegt. Das heißt, ich füge das jetzt so hinzu. Und jetzt ist das auch wieder fein. Jetzt ist alles wieder legal für ihn. Alles okay. Die Datei ist auch noch da, wenn ich es jetzt aktualisiere. Und jetzt könnte ich es auch ganz normal installieren. Wenn ihr irgendeinen anderen Virenschutz habt, dann geht das wahrscheinlich auf ähnliche Art. Nicht exakt identisch, aber irgendwie ähnlich müsst ihr dann halt einfach dem Programm sagen. Also dem Antivirenschutz sagen. Hier geht ihr hier meistens, wenn ihr hier unten ein Symbol habt. Dann habt ihr hier ganz viele Symbole. Kann auch hier irgendwas sein. Geht ihr hier rein. Sagt Kaspersky öffnet das. Das ist jetzt hier bei Kaspersky unten in den Einstellungen. Und dann haben wir hier. Sagen Schutz, Gefahren und Ausnahmen. Und dann ist hier alles, was er alles blockieren würde. Dann kann ich hier Ausnahmen anpassen. Dann sind hier schon mal alle Ausnahmen, die ich schon mal hinzugefügt habe. Hier kann man dann mit dem Plus weitere hinzufügen manuell oder entsprechend ändern oder halt auch rauslöschen, falls ihr das dann wieder raushaben wollt. Wenn ihr das Programm dann installiert habt, erfolgreich, dann ist es in der Regel fein. Wichtig jetzt für den Vorgang. Ich gehe das mal kurz durch. Weiter. Und dann ist hier schon mal Adware. Das kann man sagen Ablehnen. Dann das nächste Rough Endpoint auch Ablehnen. Und dann installiert das. Also es ist eigentlich straightforward. Das kann man sagen Launch the Application and Exit. Dann startet das auch direkt. Jetzt wird hier direkt angeboten, dass man ein Tutorial bekommt. Das überspringe ich jetzt mal, weil das brauche ich nicht. Und dann hat man hier schon die Cheat Engine am Laufen. Ein kleines Icon auf dem Desktop. Hier Cheat Engine, das könnt ihr hier einfach irgendwo verschieben. Sogar hier unten in die Taskleiste packen. Dann ist es da. Dann habt ihr das immer zur Verfügung. Ich hoffe, damit sind jetzt alle Fragen vorher erstmal geklärt. Das ist jetzt auch so ein Video, was ich so zwischengeschoben habe im Grunde. War eigentlich nicht geplant. Musste ich aber jetzt reinbringen, weil es da doch sehr viele Fragen kamen. Sehr viele Leute damit einfach nicht klarkommen anscheinend. Ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt soweit helfen. Falls es doch noch irgendwas... Schreibt mir doch einfach einen netten Kommentar. Das wäre super unter dieses Video. Falls da doch noch irgendwas nicht funktionieren sollte. Oder falls ihr Probleme habt. Wichtig für mich ist, damit ich euch helfen kann. Braucht ruhig einen längeren Kommentar. Das ist dann scheißegal. Der kann auch 10 Zeilen lang sein. Das ist mir dann wurscht. Ich lese mir das durch. Aber ich brauche dann alle Details, die ihr mir geben könnt. Was für einen Antiviren-Schutz habt ihr? Welche Windows-Version? Welche Cheat Engine-Version versucht ihr zu installieren? Wo ladet ihr die runter? Und so weiter. Das wäre alles wichtig für mich, dass ich euch helfen kann. Wenn ihr einfach nur schreibt, Cheat Engine kann ich nicht installieren. Dann kann ich euch nicht helfen. Vergesst es. Ich kann nicht hell sehen. Ich habe keine Löcher in den Händen. Ich bin nicht Jesus. Ich kann euch nur helfen, wenn ihr mir die Informationen gebt, die ich euch eben gesagt habe. Und dann kann ich euch auch Tipps geben. Was müsst ihr machen? Das braucht diese Info. Falls ihr das nicht in YouTube machen wollt, auch fein. Ich habe einen Discord-Server. Loggt euch da ein. Kommt mit mir zum Discord. Da können wir schnacken. Dann helfe ich euch. Kann euch alles erklären. Da könnt ihr mir alle Informationen geben. Alles tut die. Alles fein. Bin ich absolut flexibel. Wie gesagt, kommentieren, Like dalassen, abonnieren. Das würde mich freuen, dass euch der Content, der Inhalt gefällt. Dann kann ich das weitermachen. Und ansonsten könnt ihr gerne auf meinem zweiten Kanal vorbeischauen. Da sind meine ganzen alten Twitch-Streams zu sehen. Und ich habe natürlich auch einen Twitch-Kanal. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Wenn ich Streams mache, bin ich dann da online. Dann da ihr gefeiert wird zu sehen. Hoffen, es wird euch gefallen. Hier sind jetzt noch zwei Videos verlinkt. Zwei Playlisten verlinkt. Einmal Video vom Algorithmus und eine Playlist. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Dann nochmal Danke und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Cheerio.